Der Ingenieur Stefan Schrank auf Testfahrt mit einem Wasserstoffzug. Eine Weltneuheit. Der erste in Serie produzierte Wasserstoffzug überhaupt. Die Fahrt über eine Teststrecke der Firma Alstom bei Salzgitter. Im Grunde genommen erwarte ich, dass nichts Besonderes passiert. Wir haben gerade Instandteilungsarbeiten an dem Zug durchgeführt. Wir prüfen nun, ob alle Systeme soweit funktionieren, ob der Zug vernünftig beschleunigt, natürlich, ob er auch wieder ordentlich bremst, ob die Energieversorgung durch Brennstoffzellen und Batterie funktioniert. Die Erwartung ist, da wir sorgfältig die Instandteilung durchgeführt haben, dass nichts geschieht und dass keine Auffälligkeiten herauskommen. Der Wasserstoffzug im Test. Ist seine Zeit nun gekommen? Immer noch sind in Deutschland viele Dieselzüge unterwegs, vor allem auf nicht elektrifizierten Strecken. Ein Beispiel? In Hörlkofen, nur rund 40 Kilometer östlich des Münchner Hauptbahnhofs, fehlen schon die Oberleitungen. Hier verkehrt nur die Diesellok und stößt jede Menge Treibhausgase aus. Kein Einzelfall. Das Streckennetz ist bundesweit nur zu 61 Prozent elektrifiziert. Besonders in den ländlichen Gebieten fehlen die Stromleitungen. Die Bahn möchte bis zum Jahr 2050 klimaneutral fahren. Doch die Elektrifizierung ist zu langsam und zu teuer. Zwischen einer und eineinhalb Millionen Euro pro Kilometer. Und manchmal kaum machbar. Zum Beispiel, wenn Oberleitungen durch zu niedrige Tunnel führen müssten. Die Alternative? Der Wasserstoffzug. Mit Wasserstofftank, Brennstoffzelle und Elektromotor. Eigentlich ein Elektrozug, der keine Oberleitungen braucht. Im Werk in Salzgitter wird mit Hochdruck gearbeitet. 41 Züge stehen im Auftragsbuch. Für Hessen und Niedersachsen. Auf den ersten Blick ist hier nichts anders. Dämmung, Kabel, Bohre. Und so sieht auch für den Fahrgast das Wageninnere nicht anders aus. Er wird beim Einsteigen kaum einen Unterschied bemerken. Das ändert sich dann allerdings. Wenn der Zug losfährt, dann haben wir einen deutlichen Unterschied. Bei einem Dieselzug haben wir Geräuschemissionen, wir haben leichte Vibrationen, die von der Dieselantriebstechnik kommen. Der Wasserstoffzug fährt wie ein Elektrotriebzug. Denn er ist im Grunde genommen ein Elektrotriebzug. Er ist leichter, er fährt gleichmäßiger, ohne Vibrationen. Und so fühlt es sich dann auch für den Fahrgast bei der Fahrt an. Die Testfahrt ist halb vorbei. Hat der Zug bestanden? Die Brennstoffzellen haben uns die Energie produziert zum Fahren, haben mit den Batterien zusammengewirkt. Und wir können den Zug jetzt wieder freigeben für den regulären Einsatz. Nächster Halt, Tankstelle. Der Treibstoff, Wasserstoffgas mit einem Druck von 350 Bar. In einer guten Viertelstunde sind die Tanks auf dem Dach wieder voll. Mit grünem Wasserstoff reicht das für 1000 Kilometer klimaneutrale Fahrt. Einziges Abgas? Wasserdampf aus den Brennstoffzellen. Eine völlig neue Frage. Wohin mit den Brennstoffzellen? Unter dem Zug würden sie stören, der Einstieg für die Fahrgäste müsste erhöht werden. Die Lösung? Aufs Dach. Trotz der über zwei Tonnen schweren Brennstoffzellen ist der Wasserstoffzug kaum schwerer als ein Dieselzug. Und viel weniger kompliziert. Wir haben hier gerade unsere Brennstoffzelle installiert. Dazu kommt dann eben noch der Wasserstofftank, die Batterie, der elektrische Antrieb. Aber wenn wir das Ganze vergleichen mit unseren Dieseltriebzügen, dort haben wir einen stehen, der hat zwar, wie man sieht, deutlich weniger Komponenten auf dem Fahrzeugdach. Da werden ausschließlich jetzt zunächst die Klimaanlagen auf dem Fahrzeugdach installiert. Aber die Dieselantriebstechnik insgesamt ist sehr viel komplizierter, mit sehr viel mehr Einzelteilen als die Brennstoffzelle. Und dementsprechend aufs Gesamte betrachtet ist ein Brennstoffzellenzug, kommt mit sehr viel weniger Teilen aus und ist natürlich infolgedessen auch in der Instandhaltung sehr viel günstiger als ein Dieseltriebzug. Auf der Produktionslinie gegenüber ist gerade ein Dieselmotor eingebaut worden. Ein solcher Dieselantrieb ist nicht nur ökonomisch schlechter, er ist auch ökologisch unterlegen. Sowohl dem normalen Elektro- als auch dem Wasserstoffantrieb. Ein Vergleich. Heute stößt ein Zug mit Dieselantrieb pro Fahrgast im Schnitt über 25 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer aus. Der elektrisch betriebene Zug dagegen nur gut 12 Gramm, also etwa die Hälfte. Ein ähnliches Bild im Güterverkehr. Hier liegt der Güterzug mit Dieselantrieb bei etwas mehr als 19 Gramm pro Tonne und Kilometer. Der elektrisch betriebene heute bei fast neun. Der Wasserstoffzug, angetrieben mit grünem Wasserstoff, stößt praktisch kein Kohlendioxid aus. In einer grünen Wasserstoffwirtschaft muss auch der Strom grün sein, sodass dann natürlich auch die E-Loks praktisch kein Kohlendioxid mehr ausstoßen. Mit Elektro- und Wasserstoffzügen wäre dann der Zugverkehr tatsächlich klimaneutral und die europäische Wasserstofftechnologie sogar ein Exportschlager. Der Wasserstoffzug bietet die Möglichkeit, in Ländern, wo es große Streckenabschnitte ohne Elektrifizierung gibt, unter den gleichen Bedingungen zu fahren wie in der Vergangenheit nur mit Dieseltriebzügen. D.h., sie haben die gleichen Reichweiten von etwa 1000 Kilometern. Und da bietet der Wasserstoffzug ideale Bedingungen, um Dieseltriebzüge komplett zu ersetzen. Diese Testfahrt wurde allerdings noch mit industriell hergestelltem, grauem Wasserstoff durchgeführt. Damit viele solcher Züge in Zukunft wirklich klimaneutral fahren können, braucht es den Ausbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft.